Am 7. Mai veranstaltete die Firma Nessold auf eigenem Terrain, das heißt in Bichling bei Köflach, eine Energiesparmesse, bei der auch eine Solaranlage im Wert von 4.000 Euro zu gewinnen war. Zahlreiche Ausstellungsstücke wurden den Kunden und Gästen in der neu adaptierten Verkaufshalle und im Freigelände präsentiert. Von den Bädern bis zur Heizung, Alternativenergien und die dazugehörigen Accessoires in allen Variationen. Vor 32 Jahren gründete Kurt Nessold bereits diese Firma und ist nach seiner Pensionierung mit der Weiterführung durch seinen Sohn Matthias sichtlich zufrieden. Mit der Jugend bin ich auch noch für sich sehr zufrieden, nur jeden Tag muss man halt trotzdem ein bisschen sein, weil sonst werden sie zu locker. Dass die sogenannte Jugend nach wie vor auf die Unterstützung des reiferen Alters, sprich seinem Vater vertraut, kann der Juniorschef Matthias Nessold nur bestätigen. Er hilft schon sehr viel, muss ich dazu sagen. Es ist zwar nicht mehr das körperliche Arbeiten, aber er nimmt uns so viel Arbeit ab, hat natürlich einen großen Kundenstock aufgebaut in den 32 Jahren, was die Firma Nessold inzwischen gibt. Und es ist natürlich halt schon sehr leicht, eine Firma zu übernehmen, was gut geht, wie wenn man das von Null aufbauen muss. Das ist keine Frage. Verpflegt wurden die zahlreich erschienenen Gäste mit Grillkoteletts und Grillwürste und dass dazu auch bestimmte Getränke serviert wurden, versteht sich von selbst. Die gesamte Familie wurde vom Juniorchef gekonnt zur Mithilfe verpflichtet. Somit war auch für die musikalische Umrahmung ein Onkel verantwortlich und spielte, wie kann es anders sein, auch selbst die erste Geige. Nein, es war doch die Harmonika. Da Raimund, mein Bruder, hat ein Hausmess da heute und da ladet er mich jedes Jahr ein, dass ich mit meinen Freunden, mit dem Pepi, mit dem Werner, die hole ich von meinem Stammtisch und die helfen mir und dann spielen wir bei ihm da ein bisschen an, dass es ein bisschen Untermalung ist. Jahrelange, um nicht zu sagen jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Parken und der Industrie gewährleistet auch eine gewisse Kundenbindung. Ja, ich bin der Hubert Kohlbacher von der Firma Fisman und ich arbeite mittlerweile seit den 24 Jahren, wo ich bei der Firma Fisman bin, intensivst mit der Firma Neshalt zusammen. Sehr erfolgreich, ist einer unserer besten Kunden und der Neshalt Senior hat aber vor meiner Zeit auch schon ungefähr zehn Jahre lang mit der Firma Fisman schon gearbeitet. Also es ist ein sehr, sehr treues Unternehmen und bei uns ganz, ganz hoch im Kurs. Im Rahmen dieser Energiesparmesse konnte man auch sein Trinkwasser vorausgesetzt, man hat zumindest einen Liter mitgebracht, überprüfen lassen. Das wird dann zugeschickt an die Firma Judo, da haben sie dann Härtegrade und alle Chemikalien, die im Wasser sind, von innen daheim. Da müssen sie mindestens einen Liter mitbringen und das können sie jederzeit bei der Firma Neshalt abgeben. Die Firma Neshalt hat sich auch zum Ziel gesetzt, eine Ausbildungsstätte für interessierte Jugendliche, die sich für eine Lehre des Wasser- und Heizungsinstallateurs interessieren, beziehungsweise die Lehre auch antreten möchten, zu sein. Also wenn die Poly dann aus ist, dann habe ich noch eine Woche frei und dann fange ich dann an. Dass es auch unter den Solaranlagen Unterschiede gibt, wurde vom Firmenchef persönlich erklärt. Das hat eigentlich ganz einen einfachen Effekt. Diese Röhren haben einen Fenstergloseffekt. In diese Röhren ist Vakuum eingefüllt und durch dieses Vakuum bleibt die Wärme drinnen und geht nicht mehr nach außen verloren wie bei den normalen Flachkollektoren. Und durch das haben wir da so eine hohe Leistung drauf. Firma Neshalt. Seit 32 Jahren ein Garant für zufriedene Kunden. Erreicht durch Erfahrung, Heidech der Gegenwart und einer soliden Arbeit. Also wie die Firma Neshalt-Installationen kann ich das nur in kurzen Worten fassen. Und zwar Kompetenz des ganzen Teams, innovatives Denken, nahezu rundum Support und auch sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnisse ihrer Produkte. Vor allem die komplette Heizung, die Solaranlage, die was er oben installiert hat, also von der bin ich derartig begeistert. Weil zuerst habe ich geglaubt, dass wir mit dem Wasser, also mit dem Warmwasser nicht auskommen werden, aber damit gründlich geteischt sind. Also drei Mannschaften, wenn sie vor mir baden, kann ich noch immer mein Badewasser in meiner Wohnung einlassen. Ich muss wirklich sagen, seit ich bei der Firma Neshalt die Heizung gekauft habe, mir ist es nicht mehr kalt und sie ist wirklich perfekt. Die beiste ever, muss ich wirklich sagen. So nach und nach merkte man bereits die Aufregung der Gäste. Wie kann es anders sein? Die Verlosung des Hauptpreises, eine Solaranlage im Wert von 4000 Euro, gesponsert von der Firma Wismann, wartet bereits auf seinen neuen Besitzer. Wer hat den Preis gesponsert? Gesponsert hat die Firma Wismann, Firma Neshalt, Sanitia Heinze und ein paar andere Großhändler. Okay, da werden wir jetzt schauen, wer wird der glückliche Gewinnerin sein dieses wunderbaren Preises? Postleitzahl 85, 91, Maria Lankowicz. Und die glückliche Gewinnerin in dem Fall ist die Ofner Maria aus der Gösnitz. Die glückliche Gewinnerin ist Frau Maria Ofner-Fulgo-Michelbeirin aus der Gösnitz. Sie interessiert sich schon des Öfteren für eine Solaranlage. Als Göttin Fortuna sie auserwählte, waren die Freudentränen nicht mehr zu verbergen. Es war eine gelungene Hausmesse der Firma Neshalt, die sich bereits Jahrzehnte auf dem Markt behauptet. Mit allen wichtigen Informationen für Interessierte. Da bleibt zum Abschluss nur noch ein Punkt, sich zu bedanken. Als Abschluss sollte ich mal sagen, dass wir uns einmal recht herzlich bedanken bei den ganzen Kunden. Jung und alt, teilweise ja schon 32 Jahre, Kunden sind bei uns, gute Kunden sind bei uns. Und dass wir uns recht herzlich bedanken, weil es ist ja nur möglich, dass wir das heute aufzuhören haben, weil eben die Kunden so treu sind. Wenn es interessiert, kann auch nach wie vor im Mai weiterhin zu uns kommen. Auch später kann diese Rabatte bis Ende Mai natürlich bei uns beziehen und sich individuell auf Energie und erneuerbare Energie beraten lassen. Und das freut uns und wir werden uns weiter bemühen, unsere Kunden bestens zu bedanken.